Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Der Mai ist doch viel zu lasch, da ist doch schon längst die Spannung raus Die Nächte mit ihm, das ist für mich nur noch Überwindung Edeltraut, so kann es nicht weitergehen, da muss etwas ändern Du, was ist denn dein Herr? Du kannst einfach aus dem Internet Aus dem Internet? Ja, du den habe ich gesehen, der war mir gleich so sympathisch Du, kann ich den mal ausprobieren? Ach ja, freilich, du bist doch meine beste Freundin, leg dich doch drauf Oh mein, und das kann es ohne Latten Tatsächlich Ein Lattenrost ohne Latten Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020